Es ist ja jetzt echt mal ein großes Gerät. Willkommen! Wir sind hier auf der IFA 2011 in Berlin und präsentieren Ihnen das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE, das erste Galaxy Tab mit LTE Empfang. Wir präsentieren Ihnen hier die Möglichkeit, über YouTube Online-Videos zu streamen, am Beispiel eines kleinen Videos über den Telekom Festplattenrekorder. Ich kann hier auch auf Vollbildmodus schalten, sodass Sie sich besser von der Bildqualität des Gerätes überzeugen können. Natürlich können Sie auch alle anderen Funktionen, die Sie von Galaxy Tabs kennen, mit diesem Gerät nutzen. Sie gehen einfach wieder aus der Applikation heraus und wählen sich eine andere Anwendung aus dem Homescreen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen dieses Gerät etwas näher bringen.